Da gibt es Dinge, die sind berechenbar, wie zum Beispiel, heute haben wir einen schönen Samstag, es ist Nachmittag, die Nachbarin ist da und wenn ich da nicht frag, dann kann ich davon ausgehen, dass ich einen Kaffee kriege. Hattest du bitte einen Kaffee? Dankeschön. Und dann gibt es auch noch irrationale Dinge, die man einfach nicht berechnen kann. Wer weiß, was da passiert. So scheint es aus. Also damit habe ich nicht rechnen können. Und man hört das ja schon, rechnen können. Und bei den rationalen und bei den irrationalen Zahlen, da geht es genau um dieses Rechnen, berechnen. Man kann jede rationale Zahl berechnen. Man kann sie durch einen Bruch darstellen und dann kommen halt so unsere sogenannten Kommazollen heraus. Wie ist das? 1,5, wenn man das durchdividiert, 0,5. Und 1,25. Oder 1,8, 0,125. Das kann man beliebig lang machen und die Dezimalzahlen werden halt immer länger. Aber dann gibt es noch diese irrationalen Zahlen, die man einfach nicht berechnen kann. Man kann sie nicht durch einen Bruch darstellen. Man kann zwar näherungsweise sagen, wo sie ungefähr sind, aber diese Nachkommen stellen, die hören nie auf. Die sind unendlich. Und sie wiederholen sich auch nicht. Also auch periodisch unendlich. Ihr könnt euch erinnern, der Rechenschieber. Mit dem hat man durchaus mit ausreichender Genauigkeit die rationalen Zahlen berechnen können. Und man möchte es auch kaum glauben. Aber zu einer Zeit, wo die Menschen zum Mond geflogen sind, haben sie die Berechnungen mit Rechenschieber gemacht. Und sehr beliebt worden damals, weil sie so leicht zum Einstecken waren, die Warentauschenrechner. Ja, der funktioniert wirklich. Der hat jetzt zwar da keine Rückseite, aber den Schieber hat man umdrehen können. Tauschenrechner. Jetzt hätten wir sie alle. Da waren die natürlichen Zahlen von 0 bis unendlich. Dann waren die ganzen Zahlen von minusunendlich bis plusunendlich. Dann waren die rationalen Zahlen. Das sind die, die man durch einen Bruch darstellen kann. Und dann kommen noch dazu die irrationalen Zahlen, die man nicht durch einen Bruch darstellen kann. Und das alles zusammen sind jetzt die reellen Zahlen. Damit hätten wir sie alle. Und damit spielen wir uns ein bisschen. So schreckt es aus.